Oh, hello people! Ich bin jetzt hier in Basel. Mach mich grad ready, wie ihr seht. Heute ist Wonder Woman angesagt. Morgen auch. Und Samstag wird dann tatsächlich meine Angelika Teach wieder mal auftreten. Das ist zwei Jahre jetzt. Ja. Hm. Well, that's what I call a good hair day. So toll geworden heute, die Haare. Und wisst ihr, warum ich wusste, dass heute ein good hair day wird? Guckt mal. Sieht so toll aus. Aber guck mal nach draußen. Es ist nass. Und es regnet. Und... Aber... Ich hab... mein... Hallo. Oh mein Gott! Mir gefallen heute die Haare wirklich gut. Ja. Mmh. 3M. Das waren gerade die allerschönsten Pachuks. Wir sind begeistert. Oh Gott, nein! Das werden das mache. Oh Gott. Und jetzt noch mehr rutschen. Wir quieren, wieder. So, der erste Tag. Der erste Tag ist jetzt auch schon vorbei. Jetzt geht es mit den anderen was leckeres Essen. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, außer irgendwie vier Erdnüsse. Aber es ist irgendwie so der Kornmodus, sage ich dir. Ich merke den Hunger einfach nicht. Ja, guten Morgen. Ich bin mega verschnupft. Die ganze Zeit läuft die Nase und es ist super peinlich, weil... Hey, können wir ein Foto zusammen machen? Ja, natürlich. Wow. So, schon wieder ready. Und das Wetter ist auch viel besser als gestern. So, wieder unterwegs zurück an die Fentes in Arte. Ich habe gestern nicht so viel gefilmt, deshalb werde ich es heute mal wieder versuchen, ob ich es wieder ein bisschen besser hinkriege. Ja. Ich gehe jetzt dann gleich mal schon kurz an den Stand, den ich heute ein bisschen belagern werde. Mit Red Team Cosplay. Und guck. Noch 10. So, wir sind jetzt hier am Stand. So weit hin. Video. 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 Das war's. 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 Das war's.